Willkommen bei Blog Reporter, deinem Kanal für die Themen Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen und Heidenei, schön, dass du eingeschaltet hast, richtig zur richtigen Zeit, denn jetzt steppt der Bär. Gestern noch im Thumbnail betitelt, das Bullensterben oder Bullensterben. Jetzt ist es passiert, du siehst es perfekt im Prinzip, die, ja perfekt, ne, Eigenlob stinkt, also sehr gut, ja, das gleiche, also gut gemacht, die TA gestern, das Fake-Out hier oben, diesen Versuch hast du natürlich gesehen und unseren Support, den wir gestern definiert haben, offensichtlich sehr gut gewählt, was wir jetzt hier haben, allerdings, du siehst es hier schon, Trendbruch und zwar nicht von ungefähr, sondern Trendbruch aus unserem Rising Wedge, was wir hier sehen und du siehst es, 26. Juli, also vor knapp, ja, einen Monat mit einem Auge zugedrückt, ist das das letzte Mal passiert. Es wäre jetzt so ziemlich genau das, ja, dritte, vierte Mal, was wir jetzt hier haben und kurz vor Ende und wir erinnern uns an das letzte Video, harte Rejection, ich mache mich ganz kurz nochmal klein, hier oben war der Schlüsselmoment, weil wir gesagt haben, das muss der Kurs erstmal verdauen und die Kurse gehen runter. Wir werden jetzt nochmal einen genauen Blick drauf werfen, was das zu bedeuten hat. Du siehst genau hinter mir nochmal so eine kleine gelbe Linie, die ich eingezeichnet habe, die werden wir gleich nochmal mit einem anderen Tool kombinieren, um zu zeigen, das ist the last hope im Prinzip für eine Trendumkehr, wenn wir jetzt hier im Daily unter den 23.430 schließen. Damit alle Infos im Video, viel Spaß und viel Erfolg mit Kryptowährungen. Schön, dich auch heute begrüßen zu dürfen, du hast alles richtig gemacht, gestern das Abo gesetzt, heute wieder mit dabei und wir steigen auch gleich ein. Erstmal in den 4-Stunden-Chart, wir schauen erstmal Guss, Fraber, durchatmen, was ist hier passiert. So, also was passiert ist, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit ist gestern aufgekommen und wir können nochmal sagen, wir machen es nochmal ganz groß. So, unser Support war gestern wohl sehr gut gewählt, der Kurs wird auf den 23.430 gehalten. So, nochmal, die weiße Linie wurde durchbrochen, das wäre der Aufwärtstrend gewesen. Wir haben gestern nochmal darauf hingewiesen, der Support liegt unter dem Aufwärtstrend nicht gut. Wenn der Kurs so schließt, wie er schließt, sind wir bärisch ausgebrochen. Das geht eine Zeit lang gut, muss es aber nicht. Wie gesagt, wir haben hier schon einige Dips gehabt, jetzt siehst du auch, warum wir hier nochmal unsere Linie einzeichnen, nicht verwundern, in einen anderen Timeframe gezogen, deswegen passt es hier nicht ganz exakt die gelbe Linie hinten auf den Punkt, aber für den 4-Stunden-Chart reicht es allemal, beziehungsweise können wir auf jeden Fall damit arbeiten. So, das heißt, gelb ist jetzt unsere Range, wohl wissend, dass das Ganze hier ziemlich stark abrauschen kann. So, Support, 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 also, Abwärtstrend geht weiter. Was wir jetzt hier sehen, nee, nee, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Also, Support-Linie, Daily würde uns nicht viel nützen, der Kurs muss erstmal halten, damit es weiter nach oben geht. Das sieht auch relativ gut aus, wir kommen, wir hauen jetzt schon mal den stochastischen RSI raus, der sagt uns nämlich genau das. So, zack. So, ich sag schon mal, du hast ja einen Daily gesehen, der sieht ein bisschen anders aus, aber die kleineren Timeframes, so die kurze Erholung ist okay. Der Kurs möchte selbstverständlich wieder in unseren Aufwärtstrend hinauf und du siehst hier, der bullische Cross oder der RSI ist im unterkauften Bereich, hat den bullischen Cross vollzogen, pumpt nach oben, alles cool, soweit erklärbar, alles gut. Hat sowieso unseren Support unterschritten, ja, also alles fein. Okay, so, zweite Stundenchart ist dabei hier, ja, ist im unterkauften Bereich, möchte tatsächlich hier Bullis crossen, selbstverständlich, wird hier von dieser aktuellen Kerze, die sich bildet, bestimmt, beziehungsweise im Einstundenschart bestimmt, ob es das auch schafft. Wie gesagt, Aufwärtstrend ist erstmal gebrochen, werten wir nochmal als bärisches Zeichen, nur zur Erinnerung. Also, hier das gleiche, vier Stunden sieht auch noch gut aus, beziehungsweise sieht insofern gut aus, dass der RSI bereits im unterkauften Bereich ist, das heißt, er kommt nicht von oben und geht jetzt nochmal runter, würde zusätzlichen Druck auf ein und zwei Stundenchart geben, das heißt, auch hier ist der Kurs, und das sehen wir ja auch in der Kerze dabei, aufgekauft zu werden. Schön, wenn der Kurs mit meinen Worten synchron ist und so leicht nach oben zuckt. Naja, liebe Market Maker, macht doch einfach 100.000 bis Ende des Monats, wenn ihr schon zuhört und reagiert, 100.000 bis zum Ende des Monats, wäre cool, wäre ein geiler Stunt. Oder 3 Dollar, Bitcoin bei 3 Dollar bin ich auch zufrieden, für zwei Tage. So, also genug des Spaßes, Daily Chart, habe ich ja gesagt, sieht ein bisschen anders aus beim stochastischen RSI, hatten wir schon am Anfang der Woche gesagt, die Woche wird doof, also weil der Kurs nach unten gezogen wird und der Kurs hat immer noch Platz plus. Der Aufwärtstrend ist jetzt hier erst mal gebrochen. Ja, wir hatten ja festgestellt, zum Monatsende, Juli hin, wurde der Preis nach oben gedrückt, um den Kurs eben in dieses Falling Wedge, in unsere bullische Formation reinzubringen, um diesen Bärenmarkt zu beenden. Was wir jetzt hier am RSI sehen, der hat es nie in den unterkauften Bereich geschafft, ging nach oben. Starker Support auch, wir hatten es ganz am Anfang des Crashes ja schon gesagt, wichtige Zone, die hier ist und erstmal so eine kleine Bärenrallye angekündigt. So, scheint jetzt erst mal vorsichtig vorbei zu sein, wobei wir müssen einfach mal schauen, wie das Ganze hier geht. Wie gesagt, hier unten ist noch nicht aller Tage Abend. Und Daily lassen wir jetzt auch mal mit dem stochastischen RSI, beziehungsweise machen wir halt nicht den Weekly noch mit dazu, brauchen wir nicht. Was ich jetzt aber mache, ist, wenn wir jetzt sagen, die harte Rejection am 200er EMA, Gott, war es im Daily oder im Weekly? Naja, Daily kommen wir gleich dazu, da hast du es schon gesehen, aber hier ist es nochmal für alle, die sich nicht das Video von gestern angesehen haben, nochmal ein ganz kleines Ding. This is why. Gut, nimm Deutsch, Markus. Also, orange eine Trendlinie, die schon seit 2017 und älter besteht, ist hier oben, der 200er Durchschnitt ist hier oben, das Falling Wedge, also unsere bullische Formation trifft hier und es ist der Ausbruch aus unserem Rising Wedge, was natürlich ein Fake Out war, haben wir jetzt gelernt, glaube ich. So, also deswegen sind wir bullisch eingestellt, es geht nach unten und selbstverständlich geht es mir in die Telegram-Gruppe, da wird heute noch diskutiert, welche finanzwichtigen Termine heute anstehen in den USA, kannst du gerne mal reinschauen. So, wir springen in den Daily, denn wir wollen natürlich reingucken, wenn du dich erinnerst, was war am Wochenende, was für ein Event, was du den Push nochmal gebracht hast bis zum Ende des Wochenendes. So, 20er und 50er EMA und ja, was soll man sagen, also der 20er ist jetzt hier genau auf unserer Support-Linie, beziehungsweise ist der zarte Support für den aktuellen Kurs, liegt knapp unter, also 5 Dollar unter unserem Support, genauer gesagt bei 23.425 und du siehst zaghaft, er wird jetzt bereits schon unterschritten. Was wir hier natürlich gesagt haben, beziehungsweise das war das Wochenende, das war der bullische Cross, auch den habe ich ja in meiner Community, in meiner Telegram-Gruppe, Link unten in der Videobeschreibung, angekündigt, aber nichts ist für die Ewigkeit aktuell, wir können es ja auch ein bisschen interpolieren, haben wir hier unseren 20er, also den kleineren Durchschnitt, beziehungsweise den größeren Durchschnitt, Entschuldigung, das ist der 50er, der kleinere der 20er kommt von oben, schneidet, was das bärische Signal sein wird, wenn der Kurs weiter so macht und was das auslösen kann, History Rhymes, da nehme ich tatsächlich mal den englischen Begriff, ist das hier. Hier gab es gar keinen Cross, es sollte ihn geben, hat es nicht geschafft, gibt den großen Dump. Das gleiche siehst du hier, hier siehst du es sogar noch deutlicher, das heißt, jedes Mal, wenn das Ganze passiert ist, also der 20er schneidet, den 50er gab es, beziehungsweise sogar im Vorfeld schon, negativen Kurs, also abwärts gegen die Luzi. Same, oh Gott, ich mit meinem Englisch, Entschuldigung. Das gleiche ist selbstverständlich auch hier zu sehen, also hier droht der bärische Cross, nachdem der bullische geschehen ist, bärisches Zeichen, Obacht, einfach gesagt, oder aufpassen. Jo, hätten wir einmal das abgehakt, wir sind bei roundabout 10 Minuten, war gut aufgerundet, kommen wir also zum Grand Final. War das Französisch richtig ausgesprochen? No, ich weiß es nicht, ich kann kein Französisch. So, machen wir jetzt einfach mal Fibo, wenn wir sagen, unser Low haben wir selbstverständlich aktuell definiert, unser High liegt jetzt für diesen Mini Bull Run bei 25.181 oder Bullen Rally, wenn wir das hier so wollen, Bären Rally, Bullen Rally, Bären Rally. So, egal, was wir jetzt uns als Key Takeaway, um noch mehr englische Begriffe reinzuhauen, mitnehmen ist, der Kurs, du siehst es vielleicht schon bei dem ganzen Graffel, wir können ja auch das Unwichtige ausblenden, muss beim 0,5er Fibo halten. Nichtsdestotrotz, puh, ich sehe es gerade, du wahrscheinlich nicht, die Zahlen sind relativ winzig, muss mal gucken, ob ich da irgendwas Schniekeres, Besseres finde, größer machen, also, 0,5er würde ein super Ankerpunkt geben für eine Trendwende, sprich den Abwärtstrend hier oben abfangen, als solches oder muss tatsächlich geschehen, wäre eben bei 21.065 bis 21.254, wir können uns merken, der Kurs unter 21.000 ist beknackt und wenn wir nach dem gehen, was wir die letzten Zeit hatten, die letzten Tage und Wochen, wird der Kurs wahrscheinlich nicht bei 21.254 mal kurz einen Dip machen, sondern bei 21.065, so die Statistik der letzten Wochen. Das Golden Pocket hier unten, ebenfalls in orange, ist eine andere Kategorie. erstens Trendbruch der orangenen Linie, die du gerade siehst und ja, das 0.065er, also meine meine Kulanz, die ich hier eingerechnet habe, weil du hast das 0.618er, Fibo, diese eine Linie, ich habe ja zwei, das zweite liegt bei 19.967. Ja, und damit unter 20.000 hatten wir schon öfter, wäre nicht gut und tatsächlich ist das ein Signal, was wir nicht haben wollen. Würde wahrscheinlich, wenn der Kurs hier in die Richtung geht, schätze ich, wird er sogar einen Wig hier unten noch tiefer haben, Richtung altes All-Time-High sind wir ja schon fast, komm, das haben wir auch noch ein bisschen bei 12 Minuten, wir machen auch gleich Schluss, machen nur das Weekly, nur damit du nochmal hier Kontext hast, woher kommt denn das? So, zack, 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 riesengroße Trendlinie, ich glaube, jetzt kann man die Bedeutung dieser oberen Linie, warum der Kurs da, wenn er rejected wird, so hart runter geht, kann man jetzt, glaube ich, gut erkennen, das alte All-Time-High, jetzt hätte ich mich fast verplappert und vergessen, was ich eigentlich machen wollte, wenn ich das erste Mal, wir machen es auch in Orange, damit es zu den anderen Linien passt und uns nicht fair wird, so, zack, 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 also, unser letztes All-Time-High, hatte ich ja gesagt, liegt knapp unter dem Golden Pocket, was wir jetzt bei unserem aktuellen Trend haben, das heißt, auch hier knapp drunter wird vielleicht der Wig noch sein, damit der Kurs noch mal hoch geht, wenn wir da sind, aber spielt alles keine Rolex, wie man so schön sagt, 20.000 ist gebrochen, dann kommen die News und jeder glaubt, dass News den Kurs machen, dabei machen die Kurs den News, weil wenn der Kurs erst unter 20.000 ist, kommt die News mit, wir sind ja unter 20.000, egal, deswegen eine TA schert sich eigentlich nicht um News oder fundamentale Sachen, außer sie sind halt wirklich global, hatten wir ja am 24. Februar und folgend, leider zu Genüge, egal, beziehungsweise nicht egal, aber fürs Video soll es das für heute gewesen sein, danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns morgen wieder, mach's gut.